Mit einer Besucherauslastung von über 90 Prozent startete die neue Bühne Senftenberg in die neue Spielzeit. Das erste Festspiel Senftenberg, zu dem das neue Team Künstlerische Leitung mit Intendant Daniel Ries, Chefdramaturgin Caroline Felsmann und Hausregisseurin Elina Finkel geladen hatte, war damit ein voller Erfolg. Die Kombination aus zeitgenössischer Dramatik und moderner Literatur mit Eventkulinarik und Feierei lockte viele Gäste ins Theater und in die Spielstätten in der Gartenstadt Marga. Wir freuen uns, dass wir so erfolgreich an die Tradition der Glückauf-Feste und der Spektakel anknüpfen und diese durch ein neues Konzept verändern und weiterentwickeln konnten, so das Fazit des Teams Künstlerische Leitung. Ein Dank gilt dem gesamten Ensemble, den Jugendlichen aus den neue Bühne Spielclubs und den 20 mitwirkenden Bürgern, die in insgesamt 32 Vorstellungen an acht Tagen zum Erfolg des Festspiels beigetragen haben.